Na chill, chill, chill Muss noch essen Die Sättigen sind sehr süß Jetzt habe ich ja keine Fallgrube dabei, aber naja Wird schon passen Naja, ich habe zumindest eine Schockfalle dabei Ich auch Und er muss nicht gehen Like all this So Was hat der für eine Waffe Auf jeden Fall er kämpft mit Eis, was überhaupt nicht passend ist Mit dem Barriot Nullbeere, die krall ich mir mal eben Reiniger Ach ja auch nicht Boah Alles mal geplündert Halt Weißgut Irgendeiner hat seine Karte nicht, ne? Ich Schäm dich Psychoserum Okay Okay Wär's 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 Können Mach Und Ich bin ja mal gespannt ob der Vulkan grafisch überarbeitet wurde Ja, das würde mich aber interessieren wie es aussieht da Aber ich will größtenteils natürlich wie ein Erd sein Im Vulkan gibt es einfach die besten Erze Ja, der Vulkan war ja auch damals die letzte Ebene Oh! 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 Guten Tag! Ich hab überhaupt noch nicht bemerkt, auch lustig Boah, der ist jetzt groß gegen die anderen Oh! Der sieht aber schick aus Oh, ich finde da sieht nicht anders aus Die haben das jetzt am Schwanz Guck mal, die haben dir da die einzelnen Schuppen gemacht Wenn du da am Schwanz entlang guckst Okay, der macht Schaden Also, am Schweif schon mal die Schuppen sind gut Die Lichtreflexion gefällt mir auch Au! Entschuldigung Ist der Fall geil? Ja, der hat umgedreht Oha! Hat er diese Ramme schon wieder drauf gehabt? Das kann ich jetzt gar nicht sagen Ich will nicht so aufgemacht Ne, na die hat er nicht drauf gehabt Nicht so Shit, 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 shit Na, gut Yagi Ne, Gigi Äh, Buggy So Aber jetzt alle durch Er will nicht unbedingt schlagen So So Lol Ich will gucken, dass ich vielleicht direkt am Anfang ein Giftmorfwachsen irgendwie machen kann Mh Au Die Ramme ist heftig Wow Alter Alter, wie das Vieh jetzt abgeht Mh Alter, für das Vieh will ich mal eine Lanze Alter Wie du das Vieh nicht angreifen kannst Das ist mobil Ich hasse Barion Na, aus dem Grund Aber dafür ist es Aaaaah Relativ schnell außer Fust Oh Das macht immer so für zwischendurch was Schnaupt Aber was mich wundert, es gibt schon wieder kein Ähm, 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 wow Äh? Kamera voll verdreht, ey Okay Also meine Erste Hilfe hat's nah jetzt schon rausgegangen Ich hab schon ein paar Tränke verbraucht Soll doch die Tränke, oder? Oh, sorry Ja, gut, er hört mich irgendwie Kannst du das Mikrofon kurz anschalten? Sorry 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 Mikrofon Boah Mein Ausdauer, ich hab grad nicht drauf gehaftet Ich hasse es, wenn er das macht Wow, er hat uns nicht getroffen Mich auch nicht Wow Bam Ich bin über den Schweif gesprungen Was ist das? Ich bin über den Schweif gesprungen Ich bin über den Schweif gesprungen Ich bin über den Schweif gesprungen »Böhm« Ich bin über den Schweif gesprungen Die Tränke, die fliegen Ich habe gerade ein bisschen Glück, dass er mich nicht trifft. Wow! Au! Wow, wow! Soll ich mal eine Falle legen? Autsch! Ja, das ist vieles so gut. Wenn ich einmal im Fokus drin habe, dann habe ich es um Autsch. Das ist... das ist geil. Hm, 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 hm. Das fliegt auch weg. Hm. Bratner Steak reinkloppen. Wohl schon eine Narration gehabt hätte, aber egal. Ach, das hat mich... Er will ihn tot. Also... Wäre ich nicht draufgekommen, dass wir das Monster umbringen, ich weiß, aber einfach nur von wegen nicht fahren. Hey, guck mal her, ich bräuchte mal von euch noch ein Stückchen. Haut! Ich lege gerade auf dem Rücken. Ja. Okay. Und wieder. Ja, ich nutze hier mal die Gelegenheit und mache die kleine platt. Ach, Schuppe. Schuppe. Brauche ich. Genau das ist das, was ich brauche. Ich bin so kurz davor, meine Leiste zu fliegen. Boah. Ähm, die Waffe, die ich habe gemacht, Gift schaden, so wie es aussieht. Ich nehme immer die Giftwolke raus, wenn ich jemanden treffe. Okay. Boah. Ich dachte, der steht am Boden. Ah, ein Säbelzahn ist von ihm schon kaputt. Ich glaube, der andere ging gar nicht, ne? Ich glaube, ne, es war, glaube ich, nur einer, der kaputt ging. Ich bin da nicht sicher. So lange her. Aber diese Ramme ist neu, die kenne ich nicht. Jetzt habe ich aber meinen Death-Buff nicht nur meinen extra Leben nicht mehr. Ich muss höllisch jetzt aufpassen. Death-Buff kann ich dir geben. Just the moment. Okay, haut ab. Nee, der geht in die 6. Nämlich den Weg über die Höhle. Warte. Der fahrstumt. Ah, nee, der geht da. Achso, ich weiß, wo der reingegangen ist. Okay. Der ist nur über den Felsen reingekommen. Oh, also ist er gar nicht zu 6. Nee. Der war nämlich auf dem Weg zu 6 erst geflogen und danach... Zack, erstmal hier Schockfalle legen. Ah, dann hat er auch die Idee gehabt, Schockfalle zu legen. So. Naja. Mal gucken, in welcher Herze ist das Feindfeld. Der hüpft hier zwischen den Schockfallen hin und her. Der verarscht euch. Der wartet nur auf mich. So. Erst ist er drinnen. Es ist glücklich, dass ich jetzt hier alle weghaufe. Aber warum? Nö, hat's gar nicht. Gibt es noch eine Schockfalle? Ich weiß. Ähm... Mal gucken, um zu wetzen. Tschullu, tschullu. Kommt ihr vielleicht mal? Die Pupsköpfe. Nein. Was? Oh, er hau. Oh, 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 oh. Guten Tag. Oh ja. Scheiße, ich wollte den Schwanz abmachen. Der hat... Ach so, das meintest du. Der nimmt Eiswaffen gegen Bariot. Mhm. Ja. Ja. Okay, jetzt geht er auf seine Lieblings-Ebene. Naja, das ist auch die beschissenste Ebene, um gegen ihn zu kämpfen. Ja, du musst ja hochklettern. Mhm. Weitert ja nicht unten. Und da ist der Platz so eingeengt. Ich weiß, ich will jetzt ein Heißgetränk. Ich bin der einzigste Heißgetränk noch aktiver, da habe ich gestorben. Ach komm. Ich will diese Mistfiecher tot haben. Ob's jetzt... Hier neue Erb sind. Mal gucken. Blutstein. Erdkristall. Genesau. Nö. Na, ich auch. Wo bin ich denn? Ich bin der was. Falsch. Falsch. Wo bin ich denn? Ja. Jetzt ist das Blöde. Ich erkenne das auf der Karte kaum. Wo die Pfeile sind. In dem Weg, denn da kann ich auch kaum. Nein. Verdammt. Schnell hin. Oh Gott. Ah. Nein. Ich will außen. Ich glaube wir kommen nicht. Die haben den Schweif abgekattet auch. Nein. Ich glaube das wird nichts für alle. Frostbeutel. Bärnsteinhauer Boah, das ist ein Sacki Frostbeutel Komm schon Geschafft Bärnsteinhauer habe ich zwei Stück bekommen von ihm Beim Ausnehmen Eine Nullbeere Bombbeere Und ich habe noch einen Bariotschweif bekommen Objektbeutel ist voll Was ist jetzt? Kriege ich ihn jetzt nicht, oder was? Nö Schade Aber geil, ein Frostbeutel Den habe ich doch brau Ich habe jetzt drei Bärnsteinhauer bekommen Waren die nicht eigentlich super selten Kann ich gar nicht sagen Naja, jetzt ist Barrier tot, hallelujah Jetzt haben wir den ersten Bariotten Downs Von 50 Und das mit der Rüstung Mit meiner Rüstung Mhm Okay, ich habe mal ein kleines bisschen aufgewertet So ist es ja nett Ich habe noch über 60 Rustkugeln Ja, ich habe aber leider Rustkugel Plus verballert Oh Weil ich das zu spät gemerkt habe Dass ich schon mit Rustkugeln Plus Schon nach der zweiten Aufstufung bin Ja, das habe ich beim ersten Mal auch gar nicht gemacht Ja, das habe ich beim ersten Mal auch gar nicht gemacht Aber ich frage mich, ob dann ab diesem einen Egerrang da eine Grenze ist Hm Ja, damals konntest du ja Egerrang 100 machen Und hier, ähm Ja Ja, jetzt gibt es aber auch keine XP mehr, wenn du so willst Hm Hm Oh Gott, ich hasse ich was Vulkan Habe ich das nicht sogar von meiner Im Land Arena Hm Okay, ich hätte eine Mission, die ich jetzt mal gleich ausprobieren möchte So Dann was für Verbessern Müsste doch schon mal futtern Ach hier, für das Ding hier brauche ich einen Niebelsnab Wenn ich drei Häuter bekommen, kann ich mir eine Elektrowaffe machen Und noch nur zweite Ach stimmt, das wollte ich auch gucken, was ich, ja Hm Für was habe ich denn... Hä? Da, hier habe ich den Frostbeutel gebraucht Für den Schneeschlitzer Plus Da brauche ich noch einen für Oh, ich habe zu wenig bekommen Oh Gott Oh Gott Jetzt mit den Waffen Boah Mit der Rüstung, ich glaube das wird nichts Hm Wir können es versuchen, aber ich denke nicht, dass es wird Ähm Ich wollte gucken, was meine Waffe sagt Bei Verbesserungen Oh, ich könnte es sogar nochmal verbessern Dann wäre sie eine R2 WTF Ah, ich könnte es so eine Kopeco machen Oder So lassen wie sie ist Dann bleibt sie weiter mit Gift Ich guck mal, wenn die Jäger mit jetzt machen Sonst da ist das Oh Gott, jetzt stehen hier auch Äh, den Namen von einem ganz neuen Modell Ah, hier ist auch der lila Äh, Lutrot Oh, der lila Lutrot ist ein Giftmonster Also, wo fängt denn das an? Da ist der Großbuggy 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 Oh, geht klar, super Toll Lol, es gibt noch ein Ohi Es gibt noch ein anderes Lager Wie viel Okay, ich kann jetzt auch Tränke kaufen Das habe ich vorhin gar nicht geguckt Oh, jetzt habe ich auch die Kombibürcher Ah, genau, es war ein neue Kuropeco Z-Box kaufen Lol, es gibt einen rosa Rasian Und ein, lol, ein blauer Radalos Das sieht bestimmt geil aus Ein schwarzer Diablos Okay, es gibt von 15 Minuten Es gibt noch von Es gibt von jedem alten Monster Gibt es nochmal eine, äh, gefärbte Version scheinbar Ja, mal gucken, ob sie da die, ähm, Elemente dann verbessert haben Loll Welche Eben ist denn das eigentlich? Weiß ich nicht Steht da nicht Lava, wa? Der Uragan? Vulkan, ja, Vulkan, wa? Ja Nimm ich mal zwei Kaltgetränke so mal mit Obwohl ich wilde in der Box habe, kaufe ich mir immer wieder neu Ich muss noch kochen Das habe ich schon Und Dann muss ich mir noch neue Spitzhacken kaufen Wenn ich schon im Obwohl kam Bin Stimmt ja, kaufe ich mir nochmal alte Spitzhacken dazu Kaltgetränke Habe ich zwei Stück mitgenommen, normalerweise kriegt man ja noch eins am Anfang Ich guck grad, was ich noch weglegen kann Heißgetränk brauche ich nicht, Gegengift brauche ich nicht, Beruhigungsbomben brauche ich nicht Aufwendung Kaltgetränke 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 Kaltgetränke